Meine gute Freunde, das Bauhaus ist in Petterkindern, Kartoffelzentrale. Hier wird mein Saatgut palibriert und in Balloxen abgefüllt und geht ins Kühllager und wird dann im Winter sortiert. Hier, diese sind zu gross. Hier, Normalortierung und Kleinsortierung kommt hier. Vollautomatisch abgefüllt, die Balloxen secken sich ab und stellt ab, wenn sie voll ist. Die werden gerade gestapelt, immer zwei. Hier kommen, hier kommen die übergrossen. Die werden erst dann letztes Jahr selber wieder platzen. Also, bei den Kontropel.